Servus ihr Schulschwänze, herzlich willkommen auf meinem Kanal Nullprobleme und herzlich willkommen zum neuen Shop Video. Ja Freunde, der Shop hat geupdated, ich sehe wir haben ein neues E-Mode und jede Menge andere Sachen. Bevor wir damit anfangen, würde ich euch nur bitten, ihr würdet mir damit einen riesen Gefallen tun, denn ich werde in Zukunft alle Ankündigungen, Special Events, kurzfristig angelegte Verlosungen über Instagram posten. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, indem ihr mich auf eurem Instagram Account adden würdet. Dort heiße ich genau wie ich hier heiße, Nullprobleme ohne Leerzeichen, ohne Bindestrick, einfach Nullprobleme. Ihr werdet mich da schon finden und addet mich zu eurer Liste oder zu euren Freunden und damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun und euch auch, weil wie gesagt alle Ankündigungen werden in Zukunft als erstes auf Instagram getätigt. Das wäre richtig nice von euch. Ok, ok, ich würde mal sagen, fangen wir mal hier ganz links an. Hier haben wir den Farbenbomber Skin, ja den finde ich richtig nice nach wie vor, aber da ich den Finsternbomber Skin habe, werde ich mir diesen Skin nicht holen, wobei dieser Skin natürlich auch, sage ich mal, Pultstatus hat. Finde ich richtig gut, gefällt mir. Ja, wie gesagt, ich habe den Finsternbomber Skin, der gefällt mir im Dicken mehr, deswegen lasse ich das mit diesem Skin sein. Dann haben wir hier den Farbenkanonier, die männliche Variante, den sehe ich relativ selten im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht warum, also mir gefällt die weibliche Variante auch ein bisschen mehr, aber ja, keine Ahnung. Der Rucksack, den finde ich jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, auch jetzt hier auf dem Männlichen Skin, aber gut, ist natürlich alles Geschmackssache. Und dann haben wir hier die Regenbogenwucht, die Spitzhacke. Ist sehr außergewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich stehe ja normalerweise nicht auf so große Spitzhacken, aber da ich auch die dunkle Spitzhacke habe, vom Finsternbomber, gefällt die mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr als die hier. Dann habe ich hier den Farbenballon als Hängegleiter, diesen Hängegleiter habe ich in einem Gameplay-Video zusammengepackt, das Video werde ich euch unten verlinkt haben und hier oben rechts, da habe ich diesen Hängegleiter einmal kurz vorgestellt in einem kurzen Video mit dem Finsternbomber-Skin. Schaut es euch an, falls euch dieser Gleiter interessiert, der ist schon auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Gut, dann gehen wir weiter hier mit den Leviathanen. Ich weiß jetzt nicht, wie selten dieser Skin als solches ist, aber ich habe ihn jetzt ultra lange schon nicht mehr im Shop gesehen, also von daher kann ich sagen, wenn ihr einen seltenen Skin haben wollt, könnt ihr hier zuschlagen, 2000 Vibachs, natürlich nicht wenig, aber ich sehe auch kaum Leute mit diesem Skin spielen. Ist ein sehr, sehr außergewöhnlicher Skin, wie ihr seht, ein Fisch in so einem komischen Anzug und voll mit Wasser, ganz komische Geschichte. Hinten hat auch so einen Wassertank, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Könnt ihr zuschlagen, aber ich werde mir dieses Skin nicht tun, weil ich bin da jetzt nicht wirklich so ein Fan davon. Dann habe ich hier die globale Hacke. Na, ist nicht meins, gefällt mir auch im Sound dann nicht, man einfach viel zu groß ist, zwar natürlich ja lustig mit diesen komischen Planeten, die da um die Erde herumschwirren, aber ist überhaupt nicht meins. Dann haben wir hier die Kramarkheule. Und gerade gestern reden wir darüber, Kalani und ich, dass er die Spitzhacke hatte und sie abgegeben hat. Heute ist sie im Job, was für ein Zufall. Ja, die Spitzhacke ist außergewöhnlich, gefällt mir jetzt, aber auch nicht wirklich so sehr. Die habe ich in einem Gameplay-Video auch mal vorgestellt gehabt. Das Video werde ich euch ja auch unten verlinken und hier oben rechts, falls es euch interessiert, schaut es euch an. Dann kommen wir hier zum Planetensonderhängegleiter. Er ist auf jeden Fall außergewöhnlich, aber gefällt mir nicht wirklich. Werde ich mir auch nicht holen. Okay, dann kommen wir hier zum Federverteidiger. Ja, das ist einer dieser Skins, der mir besonders gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich mir damals geholt, das finde ich richtig lustig. Macht auf jeden Fall, was ihr habt, etwas Außergewöhnliches. Ich spiele ihn relativ selten, aber ich liebe diesen Skin, weil er einfach dem nicht aussieht. Sein Rücken ist auch so ein Ei, ist auch okay. Ja, kann man machen, ist jetzt aber auch nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Dann hat er hier den Hängegleiterflattervieh, finde ich hier richtig nice, gefällt mir auch richtig gut. Jedes Mal, wenn der Hängegleiter aufgeklappt wird, zerplatzt das Ei und das Hund schlüpft daraus. Also richtig nice, die Geschichte gefällt mir, kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es auch hier die Spitzhacke Schneebesen. Ja, auch nice, gefällt mir auch. Weil ich hier noch nicht geholt mache ich jetzt und profitiere so mit das Set. Ja, auf jeden Fall nice, die Geschichte. Cool, das war es damit. Dann haben wir hier den Abstract Skin, der war ja jetzt doch ein bisschen öfter in den letzten Tagen im Shop. Sein Rucksack ist auch in Ordnung, kann ich nur empfehlen, ist ein richtig nicer Skin. Dann kommen wir hier zum Hängegleiter Servo vom Archetypen Set. Gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat eine nice Farbe, kann ich nur empfehlen, werde ich mir irgendwann mal wahrscheinlich zulegen. Jetzt nicht, aber gefällt mir richtig gut. Okay, kommen wir zum neuen Emote Glitter. Ne, gefällt mir ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank habe ich auch keine V-Bucks mehr. Nein, das gefällt mir nicht, werde ich mir nicht holen. Ich könnte mir in die Kommentare gerne reinschreiben, wie euch das hier gut gefällt. Mir gefällt es ganz und gar nicht. Okay, dann kommen wir hier zum Graffiti-Roller, das gehört zu dem Abstract Skin. Ja, ist auf jeden Fall eine nice Geschichte, wie ihr seht, der ist so ein Farbenroller unten noch mit einer Brechstange verbunden. Gefällt mir ganz ehrlich, ist mal eine andere Spitzhacke. Macht auf jeden Fall was her. Okay, kommen wir hier zum Dynamo Skin, einer der erstlichsten Skins überhaupt. In Fortnite gefällt mir überhaupt nicht. Ist so ein mexikanischer Wrestler, ja, Wrestler Skin. Gefällt mir nicht, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Und kommen wir zum letzten Emot. Schlagfertig. Ja, ist okay, kann man sich antun. Jede Menge Bewegung für 200 V-Bucks ist schon in Ordnung. Okay, Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr mir ein Gefallen tun wollt, addet mich zu euren Instagram-Freunden. Hockiduck, wünsche euch was. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.